So Leute und herzlich willkommen jetzt nun zu Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Shippuden. Hi, da will ihr uns noch treffen und das ist Gaara. So Leute, ich bin ein bisschen zu Hause, aber ich bin ein bisschen zu Hause, aber ich bin ein bisschen zu Hause. Das war's für heute. 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 Oh man. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Rasen-Shuriken. Boah, das ist so derbe. Das zerfetzt einen richtig. Das geht schon voll ab. Aber es geht ab. Ja, wir haben aber noch die zwei Bonusaufgaben erledigt im Kampf. Das ist doch auch mal was. Das war's für heute. 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 Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist auch noch so ein Erinnerungszeug, Auszeichnung vom Kampf. Das ist ein Körner. Ja, dann gehen wir mal zum Rukage Villa. Achso, ja, wir wollten eigentlich mit Jiraiya wieder treffen, aber ich glaube, das will er uns jetzt nicht so sagen, was mit Jiraiya passiert ist, bei den vorigen Parts, schon übel, was mit Jiraiya so gesehen geschehen ist, kann man so sagen. Oh ja, ich werde noch angerufen, geile Sache. Naja, gut, ich muss das hier wohl wieder abkürzen, es tut mir leid, aber wir sehen uns im nächsten Part, ich hoffe, ihr seid dabei und haut rein, euer Gerhard Tobion, ciao!